Wie wäre es mit einem Betriebssystem mit einem nahezu perfekten eigenen App Store? Super gut kategorisiert und die wirklich besten Empfehlungen? Oder zusätzlich noch mit einem eigenen Game Access Launcher mit den besten und wichtigsten Game Launchern? Und das alles basiert auf OpenSUSE? Na, ob sich das lohnt und ob das überhaupt was bringt? Und OpenSUSE als Gaming-Plattform? Das schaue ich mir mal genauer an. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute installieren wir mal RegattaOS. So, RegattaOS ist ein Betriebssystem basierend auf OpenSUSE, kommt aus Brasilien und die Oberfläche ist KDE Plasma. Ja, das sind erstmal wunderbare Fakten. Und RegattaOS berüstet sich quasi damit, eines der besten Gaming-Betriebssysteme auf dem Markt zu sein. Und ich habe ja auf diesem Kanal schon bereits einige Gaming-Betriebssysteme vorgestellt, unter anderem Betriebssysteme, die auf Arch basieren. Das waren, glaube ich, die meisten, die Mehrheit auf Arch. Zum Beispiel Garuda Linux, kannst du hier oben sehen, da habe ich es nochmal verlinkt. Ja, und OpenSUSE ist tatsächlich recht wenig verbreitet, was die Betriebssystem-Forks sozusagen betrifft. Da trifft man dann wohl eher auf Ubuntu oder Debian oder eben Systeme, die auf Arch basieren. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich RegattaOS denn so macht. Hier ist die Webseite, die sieht sehr, sehr schick aus. Das ist sehr, sehr gut beschrieben. Auch wie die Game-Modes funktionieren mit den verschiedenen Grafikkarten. Ich glaube, ich habe mir das alles hier schon mal überflogen. Am besten lässt sich RegattaOS nutzen, wenn man eine AMD-Grafikkarte hat. Denn da sind einige sehr, sehr gute Features schon im Kernel mit inkludiert und hier auch aktiviert. Aber hier steht auch Hybrid-Grafik ist ebenfalls kein Problem. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen mal hier auf Download. Und da gibt es dann hier einen großen Download-Button, den klicken wir an. Da können wir jetzt auswählen zwischen SourceForge und OSDN. Ich nehme mal SourceForge. und gehe gleich auf Problems Downloading, weil aktuell ist der ausgewählte Mirror Kumi Systems. Ich nehme aber lieber gerne NetCologne, weil dieser bei mir am nächsten ist und am schnellsten funktioniert. Hier NetCologne. Musst du bei dir mal ausprobieren, was am besten läuft. Hier habe ich es gleich schon mal probiert. Download-Geschwindigkeit, wie man sieht, Download-Geschwindigkeit, 3 GB sind es insgesamt und der braucht da hier nur 30 Sekunden. So, dann erstellen wir eine neue virtuelle Maschine. Dann unter R wie Regatta. Basiert auf Suse. Gucken wir mal. Open Suse. Ich nehme mal an, das letzte. Dann nehmen wir, wir nehmen mal Tumbleweed. Nehmen wir einfach mal die Rolling-Version. Ich weiß nicht, ob das auf Open Suse, Tumbleweed oder auf Leap basiert. So, dann machen wir hier meine 8 GB RAM und 6 Kerne. Dann nehme ich hier mal 50 GB, weil 25 war die Mindestvoraussetzung. Ich gebe da ein bisschen großzügig. Regatta OS. Konfiguration noch bearbeiten. Netzwerk aktivieren. Und dann mache ich hier nämlich ein OEFI Start und schaue, dass der Videotreiber wird IOTreiber ist, weil es wird gleich wahrscheinlich KDE Plasma drauf sein. Und das funktioniert mit den QXL Treiber nicht so sonderlich gut. Alles andere kann so bleiben. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit der Installation. So, sehr, sehr nettes Boot-Menü. Hier haben wir aktuell INUS. Das ist scheinbar das Einzige, was man erstmal auswählen kann. Das nehmen wir mal. So, und schon befinden wir uns hier auf dem Desktop. Und ich sehe das Hintergrundbild. Erinnert mich so ein bisschen an das Windows 11 Desktop Hintergrundbild. Da will ich doch gleich mal gucken. Und ja, das sieht tatsächlich genauso aus, wie das Original Windows 11 Hintergrundbild. Wahrscheinlich gespiegelt. Das ist wahrscheinlich hier dieser Ausschnitt. So wie es aussieht. Wurde dann quasi vergrößert und einfach gespiegelt. Ah, das ist natürlich sehr unkreativ. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht vielleicht rechtliche Probleme geben könnte. So, ich will mal ganz fix die Displayauflösung noch anpassen. Full HD. Full HD. Okay. Okay. Keep. So. Und ja, dann würde ich sagen, geht es direkt los. Installal. Installal. Die Regatta OS. Mhm. Mit dem Calamares Installer. Das sieht zumindest so aus. Jawohl. Sehr gut. Ja, ist natürlich ein blöder Versprecher da drin. So, dann einmal DE Deutsch. Dann haben wir das Ganze hier auch schon auf Deutsch eingestellt. Weiter. Wir nehmen die gesamte Festplatte. EFI wurde auch erkannt. Das ist sehr gut. Und hier kann ich nichts weiter auswählen. Also, ich kann jetzt kein Format auswählen, ob ich ButterFS oder EXT4 haben will. Das wird hier einfach vorgegeben. Auch, ob ich vielleicht eine Swap Partition haben möchte oder nicht. Auch das kann ich mir hier nicht aussuchen. Da wird einfach keine erstellt. Was für mich aber in Ordnung ist. Man hat hier noch die Möglichkeit, das alles zu verschlüsseln. Das ist aber eher zu empfehlen für Installationen auf Notebooks. So, einmal weiter. So, ganz kurz umknacke ich die Zusammenfassung. So, jetzt installieren. Und dann heißt es einfach mal abwarten. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass hier schon eine ganze Menge Zeug mit drauf installiert wird. Und das gucken wir uns gleich an. Und schon können wir das System einmal neu starten. So, was mir hier aufgefallen ist. Wir haben noch keinen Benutzernamen, kein Passwort vergeben. Noch keinen User-Account angelegt. Das wird wahrscheinlich jetzt alles im ersten Start hier kommen. Aha, interessant. Jetzt hat sich also nochmal der Calamaris-Installer geöffnet. Als einziges Programm. Ich kann jetzt also die Auflösung auch nicht ändern. Und jetzt wähle ich hier einfach nochmal die Sprache aus. Ja, und dann folge ich einfach hier der Ersteinrichtung. So, Berlin ist korrekt. Meine Tastatur ist auch korrekt. Und dann tragen wir hier ein. Unser Name. Namen. Name des Computer-Typ-PC. Klingt super. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Automatisches Einloggen ohne Passwort-Anfrage ist nie zu empfehlen. Deswegen hier den Haken raus. Und das gleiche Passwort auch für das Admin-Konto verwenden. Und diesmal lasse ich den Haken hier drin. So, dann machen wir weiter. Zusammenfassung nochmal. Einmal auf Einrichten. Und dann muss das System nochmal gestartet werden. Gut, ob das jetzt tatsächlich notwendig war, das Anlegen eines Benutzerkontos nach einem ersten Neustart zu verschieben. Oder ob man das nicht gleich hätte machen können. Ja, darüber lässt sich jetzt streiten. Aber es geht ja dann doch recht schnell. Und hier auch das Hochfahren ging jetzt rucki zucki. Und wir sehen hier schon, das ist dann der SDDM, der Login-Manager für KDE-Plasma. Das sieht man quasi sofort. Ein Kenner erkennt es sofort. Und jetzt ist auch Datum und Uhrzeit korrekt. 10.24 Uhr, das ist tatsächlich jetzt auch die richtige Uhrzeit hier auf meinem System. Und hier ist jetzt auch alles auf Deutsch. Also das mit der Sprache hat wunderbar geklappt. Oh, aber die Tastatur hat nicht geklappt. Die Tastatur ist leider nicht auf Deutsch. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das noch einstellen. Ich wollte nämlich jetzt das Display einstellen. Die Display-Auflösung, das machen wir als erstes. Und bei Display ist es mir dann aufgefallen, dass das Y hier auf dem Z liegt. So, beibehalten. Und dann schauen wir mal. Tastatur. Belegung hier. Das ist so ein bisschen eine Eigenart von KDE-Plasma. Da kann man jetzt Regatta jetzt nicht unbedingt die Schuld geben. Ich weiß nicht. Andere kriegen das zwar hin, auch mit KDE-Plasma. Warum das jetzt hier nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, das müssen wir in German. Ja. Und dann in German. Okay. Und dann machen wir das hier Entfernen. Anwenden. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und jetzt müsste rein theoretisch. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. So, da haben wir unser Betriebssystem. Regatta OS sieht ziemlich hübsch aus. Erinnert sofort an so Windows 7, will ich mal sagen. Oder Windows 10 durchaus. Mit dieser dunkle, transparenten Leiste. Und ja, das Hintergrundbild ist völlig in Ordnung. Ist sehr, sehr unaufgeregt. Sehr, sehr schick. Wir haben einen Papierkorb und den persönlichen Ordner. Wenn ich jetzt hier reingehe, denke ich mal, genau, sieht man hier. Bilder, Dokumente, Downloads, die eigenen Dateien quasi. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier unten, neben der Uhrzeit und unserer Netzverbindung und so weiter, haben wir hier auch noch ein Symbol, das uns sagt, dass Updates verfügbar sind. Ich werde da jetzt einfach mal einen Doppelklick drauf machen. Da passiert nichts. Rechtsklick, Open Update Manager. Aha. Und so sieht dieser Update Manager aus. Das ist sehr, sehr schön. Das ist also eine eigene Anwendung, die Regatta OS hier hat. Ganz speziell nur für das automatische Updaten. Und das sieht auch sehr aufgeräumt und sehr, sehr schön aus. So, Just Check for System Updates, Never Check for Updates oder Update Automatically. Hier kann man dann auswählen. Gut, die Oberfläche ist auf Englisch. Ja, das ist bei den selbstgebauten Programmen dann oft üblich, dass es dann tatsächlich in der Originalsprache Englisch dann so bleibt. Ich nehme mal an, man kann hier auch kollaborieren und vielleicht mit übersetzen. So, ja, Just Check for Updates ist eine ziemlich gute Sache. Ich werde die Updates jetzt aber noch nicht durchführen, weil hier sind nämlich noch eine ganze Menge andere Sachen, die hier ja updated werden wollen. Und das kann jetzt sehr, sehr lange dauern und deswegen verzichte ich erstmal da drauf. So, wir schauen mal fix, was hier alles so vorinstalliert ist. Bei Büroprogrammen fehlt uns quasi eine Office-Bibliothek komplett. Das überrascht mich sehr, denn normalerweise ist LibreOffice oder ähnliches schon immer mit drauf. Wir haben also nur Ocula, den PDF-Anzeigeprogramm, also ein Dokumentbetrachter. So, bei Dienstprogrammen sind dann halt ein paar KDE-Plasma-eigene Sachen mit drauf, wie zum Beispiel die Emoji-Auswahl, Kate, K-Calc und so weiter. Dann hier Archivierungsprogramm. Und das war es im Prinzip schon, ist gar nicht so viel drauf. Hier haben wir noch ein SUSE Studio Image Writer. So kann ich dann OpenSUSE Studio quasi auf den USB-Stick drauf schreiben. Und ich nehme mal an, RegattaOS basiert dann eben auf OpenSUSE Studio. So, dann die Einstellungen. Da haben wir zum Beispiel auch Max-Q. Und Max-Q ist ebenfalls ein Programm geschrieben von RegattaOS, von den Machern von RegattaOS. Auch sehr, sehr schön. Hier kann man dann im Prinzip die Grafikeinstellungen nochmal machen, Desktop-Effekte und so weiter. Ich kann hier auch die CPU-Power entsprechend auf Performance oder Balance setzen. Das ist dann quasi dieser Energiesparmodus. Man kann hier Bildschirm-Einstellungen von hier aus auch nochmal tätigen. Dann wird das direkt geöffnet. Dann kann man hier einen GP OpenGL-Test und Vulkan-Test machen. Das können wir ja gleich mal machen. Ich will aber schnell mal noch schauen, wie es denn hier mit der Performance so aussieht. So, CPU 8%, 15%, okay. Ja, KDE-Plasma ist jetzt nicht dafür bekannt, extrem schlank und sparsam zu sein. Aber es ist völlig in Ordnung. 1,2 GB wird benutzt von meinem 8 GB Speicher. Auch das ist für KDE-Plasma-Verhältnisse ziemlich normal. So, und hier haben wir dann noch die sämtliche Informationen. Zum Grafikchipsatz. Die Vulkan API-Version, da ist gerade keine drauf. OpenGL ist aber 4.5 drauf. Keine MESA-Treiber. Dann die CPU. Linux-Kernel-Version steht jetzt hier nicht. Und dann haben wir hier noch mehr Informationen im Informationszentrum. Und hier steht es auch. Das ist die Plasma-Version, 25.4. Ich glaube, die aktuelle ist 25.5 sogar. Also es ist noch nicht mal die aktuellste. Und der Kernel, da haben wir einen, ja, 5.19 Kernel. Der ist schon ziemlich aktuell. So, dann gucken wir mal weiter. Also damit wird es quasi mitgeliefert. So, ich will mal ganz fix einen Test machen. Mal sehen. OpenGL-Test. So, hier auf der Seite sieht man Game-Mode ist on. Und hier bei OpenGL, ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann, ja, knapp zwischen 55 und 60 Frames pro Sekunde läuft quasi hier durch. Und die CPU zieht hier ca. 60%. Finde ich, ist jetzt nicht so pralle. Aber man darf auch neben nicht vergessen, es ist ja hier in einer virtuellen Maschine. So, wir gucken mal mit Vulkan, ob das ein bisschen besser ist, ob das überhaupt läuft, der Test. Gut, das funktioniert hier nicht. Ich habe aber auf meinem Arch Linux, habe ich auf jeden Fall Vulkan, die Vulkan-Treiber drauf. Da weiß ich, dass das funktioniert und deutlich besser. Das ist, wie gesagt, jetzt hier in einer virtuellen Maschine, funktioniert das jetzt hier nicht so richtig. Aber probiere das ruhig mal aus, wenn du das installierst, Regatta OS, wie sich dein System verhält. So, machen wir mal weiter. Was haben wir sonst noch installiert? Notepad steht jetzt hier. Okay, hat ein bisschen gedauert. Und es ist tatsächlich das Windows-Notepad, welches jetzt hier über Wine gelauncht wurde. Das ist ja ziemlich gruselig eigentlich, muss man mal sagen. Aber gut, das ist durchaus für Umsteiger von Windows auf Linux, die dann zum Beispiel Windows nicht mehr ertragen und sagen, okay, ich möchte mich aber nicht so dolle umgewöhnen. Und die würden dann wahrscheinlich als erstes nach einem Notepad suchen und sehen dann sofort, wenn sie Notepad eingeben, Editor und können das Ganze dann hier starten und haben dann im Prinzip ihren Notepad, so wie sie es im Prinzip auch kennen, einfach um kurze Notizen zu machen. Also ich nutze Notepad ja auch nur mal, um ein bisschen Notizen zu machen, wenn überhaupt. Ja, sehr gut. So, das war es dann erstmal soweit. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. So Einstellungen, ja, wie gesagt, Max-Q haben wir. Es gibt einen SC-Controller. Das ist im Prinzip, ja, für einen Xbox-Controller kann man dann das Ganze dann hier konfigurieren. Zufälligerweise bin ich sogar im Besitz eines Xbox-Controllers und ich weiß, dass das wunderbar funktioniert. Das kann ich sehr bestätigen. Jetzt hier in der virtuellen Maschine kann ich das aber nicht anschließen. So, WineTrix ist mit vorinstalliert und es gibt natürlich JAST, das JAST-Kontrollzentrum, selbstverständlich. Wir sind ja hier auf einem SUSE-System, aber JAST gucken wir uns gleich noch genauer an. So, dann machen wir weiter. Unter dem Punkt Entwicklung gibt es eben CATE. Das ist im Prinzip der KDE-Plasma-Editor, der ein bisschen, ja, üppiger ausfällt als der Klassiker von Windows. Und CATE eignet sich wirklich hervorragend als, ja, üppige, umfangreiche IDE zum Programmieren und so weiter. Unter Grafik haben wir auch nicht ganz so viel drin. Ein Bildbetrachter, die Standard-Bildbetrachter Grandview und ein Scan-Programm. Unter Internet, Firefox ist vorinstalliert und KDE Connect natürlich. Und dann gibt es den Regatta-OS-Store. Auch den schauen wir uns gleich noch an. So, bei Multimedia ist der VLC-Media-Player installiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist auch der einzige Player, der installiert ist. Und Puls-Audio-Volume-Control-Q. So, bei Spiele, da haben wir dann Regatta-OS-Game-Access. Auch das gucken wir uns gleich an. Und Wine-Mine, das ist im Prinzip Minesweeper. So, hier haben wir Minesweeper. Oh, eins. Ja, fast gewonnen. So, machen wir mal weg. So, dann unter System, dann die ganzen Systemeinstellungen, wie zum Beispiel ein Dateimanager. Man kann dann tatsächlich auch das C-Drive von Wine durchsuchen. Dann die Konsole, Systemmonitor. Hier haben wir dann auch Regatta-OS-Updates mit drin. Die OpenSUSE-Software-Repositories kann man hier konfigurieren. Und natürlich das JAST Software-Manager und das JAST Kontrollzentrum. Also, es ist ziemlich, doch nicht so viel drauf, wie ich erst dachte. Die Installation ging auch recht zügig. Und dann wollen wir jetzt als allererstes, bevor wir loslegen, ein paar Updates durchführen. Das Update lässt sich ja hervorragend hier mit dem Update-Manager durchführen. Man kann aber auch ganz normal wie gewohnt mit Terminal-Updaten mit Sudo-Zipper-Update. Das hat hier dann ein bisschen den Vorteil, dass man das Ganze dann auch ein bisschen besser dann sieht. So sollen wir fortfahren. Ja, wir wollen. Das sind 400 neue Pakete. Ne, 13 neue Pakete. 400 Pakete werden aktualisiert insgesamt. Also, es wird jetzt durchaus ein bisschen dauern. Und ja, das warten wir auch mal kurz ab. So, das Update ist dann soweit durch. Und hier steht dann auch zum Schluss, es werden Programme ausgeführt, die noch immer durch kürzliche Upgrades gelöscht oder aktualisierte Daten aus den Bibliotheken verwenden. Diese müssen dann neu gestartet werden. Und mit zipper.ps-s kann ich mir eine Liste anzeigen lassen. Um diese Sachen dann zu umgehen, empfiehlt es sich nach einem, ich sag mal, so großem Update, wo sehr, sehr viel geupgradet und geupdatet wurde, einfach nochmal das System neu zu starten. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja, gibt es dann Neustart. Und dann lohnt sich das. Dann wird das Ganze dann im Hintergrund auch ordentlich aufgeräumt. Und dann greifen die Programme nicht mehr auf verwaiste alte Dateien zu. Sehr gut. So, jetzt sind wir wieder auf dem Bildschirm. Und jetzt ist dieses Update-Symbol hier auch weg, der Update-Manager. Und jetzt wurden auch viele Sachen neu geupdatet, wie zum Beispiel Firefox ist jetzt geupdatet worden auf die Version 105. Hier, 105.02. Das war vorhin noch auf der 104. Und dann schauen wir auch gleich noch in die Konsole rein und machen ein bisschen größer. YouName-R. Damit kann ich rausfinden, wie die Kernel-Version ist. Die hat sich tatsächlich nicht verändert. Die ist so geblieben. 5.19.3. Das war auch vorhin der Fall. Gut, das heißt, ein Kernel-Update gab es nicht. Das ist auch in Ordnung für einen Gaming-PC oder für einen Gaming-Rechner sollte der Kernel durchaus ziemlich stabil bleiben und sich nicht alle Nase lang ändern. Weil sonst spielt man heute ein Spiel und morgen kann man schon nicht mehr zocken. Das wäre sehr, sehr schade. So, dann schauen wir jetzt mal in ein paar Sachen rein. Zum Beispiel in das JAST-Control-Center. Was unterscheidet das JAST-Control-Centrum von den normalen KDE-Plasma-Einstellungen? Nun, ganz einfach. Hier kann man natürlich weitreichende Systemänderungen durchführen. Zum Beispiel auch Kernel-Einstellungen. Ich kann einen Mail-Server einrichten, Samba-Server einrichten, NTP kann ich konfigurieren. Dann gibt es Firewall, AppArmor und so weiter. Ich kann hier Sudo konfigurieren und vieles, vieles mehr. Und dann gibt es hier noch quasi das Software-Center. Hier kann ich dann quasi die Repositories entsprechend auswählen, eintragen, löschen und so weiter. Und dann gibt es auch die Software-Verwaltung von JAST-2. wo ich halt Linux-Pakete suchen und installieren kann. Wie zum Beispiel NeoFetch. Gucken wir mal, ob es das schon gibt. Suchen. Da haben wir das. Kann man dann einfach anhaken oder ein Plus reinmachen. Und dann auf Übernehmen. Und dann sagt er mir, was alles als Abhängigkeiten mit installiert werden muss. Dann sage ich OK. Und dann geht das eigentlich recht zügig. Dann wird das Ganze installiert. Und fertig. Beenden. Und schon habe ich Software installiert. Geht also ganz einfach. Wenn ich jetzt die Konsole öffne, dann habe ich NeoFetch installiert. So sieht das Ganze dann aus. Sogar mit dem eigenen Logo. Logo. Sehr hübsch. Sieht aber aus wie ein etwas älteres Logo von Regatta OS. So, dann möchte ich mal in den Regatta OS Store gehen. So, hier ist ja das Symbol für Discover mit drauf. Und wenn ich das hier aber öffne, sieht das nicht aus wie Discover. Auch das ist ein eigens erstelltes Programm. Ein eigens erstellter Store. Und der erinnert durchaus an den Google Play Store. Was ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde. Unter dem Punkt Discover werden quasi so die empfohlenen Sachen angezeigt, die man so installieren kann. Zum Beispiel VS Code. Gimp ist mit dabei. Auch Microsoft Teams. Selbstverständlich auch proprietäre Software. Die ist nun mal beliebt. Die wird gerne benutzt. Den Brave Browser. KDN Live und so weiter. Und dann kann man das Ganze noch in Kategorien. Sehr schön. DaVinci Resolve OBS Studio gleich ganz oben mit dabei. Unfassbar toll. Wirklich eine tolle Empfehlung. Eine tolle Empfehlungsliste für Kreative und Gamer, Streamer und so weiter. Absolut hervorragend diese Auswahl. Man kommt hier rucki zucki zu seinen Lieblingsprogrammen, zu seiner Lieblingssoftware, die man dann wirklich braucht. Hier dann auch LMMS. Das ist eine Musik-Editor-Software genauso wie Ador und Audacity. So, was haben wir noch bei Work? Ja, WPS on Office wird hier als Office-Paket hier empfohlen. Man kann aber hier unten auch LibreOffice dann installieren. Hier Microsoft Teams. Dann auch nochmal Evernote. Simple Note ist auch sehr beliebt. Scribus. und dann für Projektmanagement eben Git-Kraken oder Zenkit. Zenkit habe ich sehr lange genutzt selber. Dann Zoom. Auch hier WhatsApp-Signal. Dann kommen wir zu den Spielen. The best free games on Steam. Und das finde ich auch ziemlich interessant. Da hat hier quasi Verlinkungen zu Steam, nehme ich mal an, hergestellt. und dann kann man hier einfach ja, mal draufklicken. Ich werde jetzt hier mal auf Team Fortress 2 einfach mal draufklicken. Und dann sagt er mir, dass das Spiel über Steam installiert wird. Das heißt, er hat hier tatsächlich eine tolle Schnittstelle geschaffen, wo ich das Spiel über Steam quasi aus dem Regatta OS Store installieren kann. Und das ist wirklich richtig cool. Da können sich andere Stores, wie zum Beispiel der, was weiß ich, Gnome Store oder eben auch Discover, Ubuntu Store und so weiter, durchaus eine Scheibe von abschneiden. Also das ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Ich weiß gar nicht, SuperTux Card ist hier und da weiß ich jetzt nicht, das wird wahrscheinlich nicht über Steam installiert. Hier ist es jetzt auf Spanisch. Nö, das wird dann wahrscheinlich direkt installiert. Wirklich toll. Und ganz unten hat man dann auch nochmal Manage Your Games. Da kann man dann Steam, den Heroic Launcher, Lutris installieren. Bottles hatten wir vorhin schon gesehen und dann noch diverse Treiber für die Controller, wie zum Beispiel der SC Controller. Da kann man den Xbox Controller oder hier auch den Steam Controller konfigurieren. Oder auch, wenn man den Playstation Controller am PC nutzen möchte, auch das funktioniert. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Unter Develop finden wir dann noch diverse Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel Visual Studio Code oder auch Android Studio. Hier ist Atom noch mit drauf, aber Atom wird nicht mehr weiterentwickelt. Atom ist jetzt quasi, ja, raus, das ist veraltet, das hat GitHub rausgeschmissen. Das wird von denen nicht mehr weiterentwickelt, weil die sich dann jetzt nur noch auf Visual Studio Code konzentrieren. Es war auch kein schönes Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ansonsten haben wir noch Eclipse, Notepad QQ, das ist quasi die Open Source Alternative zu Notepad++ oder zumindest die Linux Alternative zu Notepad++. PyCharm CE ist mit dabei, sehr, sehr schön für die, die Python programmieren. Kate haben wir schon drauf, Supply in Text ist auch ziemlich beliebt bei vielen Entwicklern, Flutter und, ja, hier haben wir nochmal VS Code. Und hier gibt es noch diverse Datenbanken. So, Zubehöre, was haben wir hier so? VirtualBox und HP-Lib gleich mit dabei. HP-Lib, die meisten oder viele haben tatsächlich einen HP-Drucker oder Scanner und HP-Lib ist wirklich, ich weiß gar nicht, der einzige mir bekannte öffentliche Open Source-Treiber, welcher direkt vom Hersteller kommt, was jetzt Drucker betrifft, Drucker und Scanner betrifft. Ich könnte mich natürlich jetzt irren, aber ich wüsste nicht, dass Brother oder Canon ebenfalls einen solchen Open-Source-Treiber anbieten. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Browser-Drucker auch ziemlich gut out of the box unter Linux funktionieren. Ja, aber mit HP-Lib hat man dann eben wirklich einen funktionierenden Treiber auch, ne? Wirklich, wirklich toll. Hier gibt es dann noch die NVIDIA-Treiber dazu und dann noch diverse andere Sachen. Hier gibt es zum Beispiel Virtual Machine Manager, das ist das, was ich hier nutze, Timeshift und vieles mehr. Was mir jetzt hier natürlich auffällt, ist, dass hier nicht alles angezeigt wird an Sachen. Also ich kann auch keine irgendwie noch vollständigere Liste, es sind immer nur diese paar Auswahlen, aber ich würde sagen, das reicht tatsächlich eigentlich aus mit dem, was man so braucht. Mich interessiert, ob jetzt noch Discover gibt. Ne, Discover ist nicht mit drauf. Das heißt, alles andere, wenn ich Software installieren möchte, entweder ich kann mir Discover runterladen, ich gucke mal, ob das hier rüber zur Verfügung steht. Nicht wirklich. Flex Media Server. Also noch einen weiteren Software-Launcher lässt sich dann hier nicht herunterladen. So, was mich aber dann noch weiter interessiert ist, die Software, die installiert wird, ist, das ist dann Flatpak vorinstalliert. Das können wir zum Beispiel mit Spotify einfach mal testen. Ich gebe jetzt mal Spot ein. Und Spotify ist ja gar nicht mit drauf. Das ist ja interessant. Doch, ist drauf. Man muss es bloß richtig suchen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sagt er zwar, es wird installiert. 177 MB. Ja. So, Spotify erfolgreich installiert. Da die Installation ziemlich lange gedauert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass es sich um ein Flatpaket handelt. Ach, es ist ein Snap. Es ist ein Snap. Tatsächlich eine Snap-Anwendung. Wow. Das ist unerwartet. es ist tatsächlich der Snap-Store ist hier mit integriert. Und das ist wirklich, das hat mich jetzt tatsächlich vom Hocker. Tatsächlich, Snap ist drauf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Flatpak auch mit drauf ist. Ja, Flatpak ist auch mit drauf. So, es ist aber aktuell nichts installiert. Wenn ich also Flatpak-List eingebe, da ist nichts da. Aber wirklich absolut spannend. Und wenn ich jetzt mal Snap-List aufmache, dann sehe ich, ist tatsächlich Spotify die einzige Software, die hier vorinstalliert ist. Alles andere sind quasi die Abhängigkeiten, damit Spotify funktioniert, wie zum Beispiel Common Themes, Gnome und Bear und Core. und Spotify quasi die einzige Anwendung. Unglaublich toll. Absolut fantastisch. Das haut mich tatsächlich voll vom Hocker, weil Snap ja gar nicht so beliebt ist in der Community. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir gucken mal, was wir noch so Schönes haben. Ich sehe gleich hier unten, neben dem Regatta OS Store, gibt es noch Regatta OS Game Access. und das möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Auch das ist ein selbst erstelltes Programm, direkt von den Machern von Regatta OS. Sieht unfassbar toll aus, sehr sehr übersichtlich, die besten neuesten Spiele, hier gleich League of Legends, hier vorne Overwatch und dann hier auch noch mal beliebte Spiele wie Ark Survival und dann habe ich hier die verfügbaren Launcher, worüber ich mich dann im Prinzip einloggen kann. Zum Beispiel in den Origin, da kann ich mir den Origin Launcher entsprechend einloggen, battle.net, GOG Galaxy, Rockstar, Epic Games und Ubisoft Connect. Was mir natürlich jetzt hier fehlt, ist Steam direkt als Launcher hier noch. Das wäre natürlich noch schön gewesen und wir probieren das jetzt mal anhand von Ubisoft Connect. Ich will mal Ubisoft Connect installieren. Yes, ich will einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert und ob das auch vernünftig funktioniert. So installiert er das jetzt hier quasi im Hintergrund. Der installiert jetzt den Ubisoft Connect Installer. So, jetzt hat das funktioniert. Der Installer ist jetzt drin. Wenn ich jetzt hier auf Ubisoft Connect klicke, habe ich jetzt hier im Prinzip an der Seite. Hat sich da was geändert? Ich werde mal gucken, ob das hier mit drin ist. Jawohl. Anwendung bearbeiten und ich will mal schauen, das Ganze als normale Anwendung installiert, also nicht irgendwie Snap oder so. Was haben wir hier? Einstellungen öffnen. Gut, scheinbar muss man sich dann erst mal den Ubisoft Connect Launcher direkt öffnen, sodass man sich dann auch erst mal anmelden kann. Bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Okay, sieht gut aus. Dann werde ich mich jetzt mal einloggen. Das seht ihr aber nicht, mit was ich mich da einlogge. Ich will mich ja nicht doxen. So, jetzt hat das Ganze funktioniert. Also, du hast ja gesehen, da kam immer dieser Fehler, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann oder dass der Service nicht verfügbar ist. Und wie ich das Problem gelöst habe, ich bin da quasi ein bisschen methodisch angegangen. das Erste, was ich probiert habe, war, in der Netzwerkverbindung IPv6 erstmal abzustellen. Das ist immer ein guter Hinweis oder das kann oft zu Problemen führen bei Ubisoft Connect, bei Verbindungsproblemen. Und des Weiteren bei IPv4 einfach mal einen anderen DNS-Server eingeben. Ich habe jetzt hier den Google- und den Cloudflare DNS-Server einfach mal eingetragen. Beide. Das hatte nicht funktioniert, also es kam keine Besserung. Das war weiterhin das Problem, dass der Fehler kam. Und dann habe ich noch eine Möglichkeit, die auch immer ein Problem ist, die Zeitsynchronisierung. Und hier lag dann der Hase auch im Pfeffer. Das heißt, ich bin dann hier auf Zeitsystemeinstellung gegangen und dann Datum und Uhrzeit automatisch einstellen. Da habe ich ein Häkchen reingemacht. Da war das Häkchen nicht drin. Da habe ich dann hier das Häkchen reingemacht, auf mich jetzt anmelden. So, dann wollen wir mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Wir öffnen mal Rabbids Coding. Mal sehen, wir laden das mal herunter. Das ist übrigens ein kostenfreies Spiel. Wir können hier ein paar Verknüpfungen machen, das ist überhaupt kein Problem. So sieht das Ganze dann aus, so wird es installiert. Einmal fortfahren, annehmen, fortsetzen. Ich hoffe doch, dass das funktioniert. Mal schauen. So, Rabbids Coding ist jetzt installiert und wir können mal schauen, hier bei Regatta OS Game Access gibt es noch die Möglichkeit, direkt AMD Fidelity FX zu aktivieren und auch automatisch diese Anwendung hier zu schließen, sobald das Spiel gestartet wird. Das ist durchaus sinnvoll und hier unten kann man dann noch eintragen Automatic Find Games in den External Folder. Das kann man noch einen Ordner angeben, wo er ebenfalls nach Spielen suchen soll. Und ja, wir wollen mal schauen, ob der das jetzt hier irgendwie spielen kann. Ah ja, okay, wenn ich also dann drauf drücke, dann öffnet der das und dann kann ich hier auf Spielen gehen. Und jetzt wird Rabbids Coding das erste Mal geladen und natürlich noch ein paar Sachen nachinstalliert. Okay, das sieht doch schon mal super gut aus. Nicht wundern, was den Ton betrifft. Ich mache das Ganze mal ein bisschen leiser. Gut, das scheint hier eine Diashow zu sein jetzt. Also normalerweise ist das nicht so hakelig. Ja, das ist schon ziemlich unspielbar, zumindest hier auf der virtuellen Maschine. Darf man halt nicht vergessen. Ich habe das Ganze jetzt hier in einer virtuellen Maschine und muss jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen warten, dass er das jetzt hier fertig geladen hat, damit ich es auch beenden kann. Was ist also das Fazit dieses Betriebssystems Regatta OS 22? Also ich muss zugeben, es ist jetzt einer der besten Betriebssysteme, die ich bis jetzt getestet habe. Besonders gut geeignet für Anfänger. Es ist sehr übersichtlich, Software Center gefällt mir sehr sehr gut, der Game Launcher und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, das ist ein Betriebssystem, das durchaus das Zeug hat, als Daily Driver verwendet zu werden. Besonders weil OpenSUSE dann doch nicht so weit verbreitet ist und ich finde in der Linux Welt immer noch deutlich unterschätzt wird. Denn OpenSUSE ist durchaus ein Urgestein in der Linux Welt. Und ich ein bisschen das Pop OS unter dem Linux aber eben für OpenSUSE und ich kann Regatta OS auf jeden Fall empfehlen für alle Anfänger und Fortgeschrittene. Aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet. anfänger Untertitelung des ZDF, 2020